Ich habe noch nie gekackt, als ich das erste Mal bei einem Date zu Hause war. Ne, ich war noch nie, glaube ich. Kann ja auch passieren. Aber ich glaube nicht, weil ich bin... Ich hatte in den letzten drei Jahren kein erstes Date, was kürzer ging als 24 Stunden. Dementsprechend... Ja. Diese Woche, in der ich nicht gestreamt habe, war eigentlich echt schön. Hehehehe.